Vielleicht hast du im Deutschunterricht gerade die Einheit zur NS-Literatur und dein Lehrer spricht von einem Oberbegriff mit zwei offensichtlich unterschiedlichen Strömungen. Genau dieses Thema schauen wir uns heute intensiv an, also los geht's! Kurz für dich zur Orientierung. Mit den zwei unterschiedlichen Strömungen werden zum einen diejenigen Autoren gemeint, die sich an die Zeit anpassten und andererseits diejenigen, die sich gegen das Regime stellten. Aber der Reihe nach. Zu Beginn widmen wir uns dem historischen Kontext und den Lebensumständen, denen sich die Menschen damals ausgesetzt sahen. Nach Hitlers Machtergreifung fanden am 10. Mai 1933 an allen Universitätsstätten organisierte Bücherverbrennungen statt. Opfer davon waren alle sogenannten unliebsamen Autoren. Dazu gehörten jüdische, pazifistische, marxistische bzw. kommunistische und andere oppositionelle Schriftsteller. So war auch Erich Kästner, den du vermutlich durch seine Kinderbücher kennst, von dieser Maßnahme betroffen. Jegliche Schriftstellerorganisationen wurden verboten und Teil der Reichsschrifttumskammer, was für eine gezieltere Gleichschaltung der Veröffentlichung sorgte. Um teilzuhaben, war ein sogenannter ARIA-Nachweis notwendig, andernfalls durfte man nicht veröffentlichen. Ein Ausschluss aus dieser Kammer bedeutete für den Schriftsteller, dass alle seine Veröffentlichungen illegal wurden. Mit der NSDAP an der Macht wurden relativ schnell alle unpassenden Schriftsteller aussortiert. Doch nicht nur der Literaturbetrieb als solcher wurde umgewandelt. Es gab auch einen Umschwung der präferierten Themen, die Schriftsteller bearbeiteten. War in den 20er Jahren der Großstadt-Roman ein beliebtes Genre, änderte sich dies in Richtung Heimat- und landbezogener Literatur. Bauernromane betonten die Herrlichkeit des ländlichen Lebens, Siedlerromane rechtfertigten den Blut- und Bodenmythos. Dieser stellte das deutsche Bauerntum dem jüdischen Nomadentum als vermeintlich besser gegenüber. In den 20er Jahren erhielten die Frauen eine größere Bedeutung in der Gesellschaft. Doch dieser Emanzipation und Freiheit wurde ebenfalls ein Strich durch die Rechnung gemacht. Die Frauenromane der NS-Zeit glorifizierten Mütter von vielen Kindern. Nicht zu vergessen sind natürlich auch die Kriegsromane, die die Geschehnisse des Ersten Weltkriegs verherrlichen und dazu ermutigen sollten, selbst zum Soldaten zu werden. Siedlerromane hingegen thematisieren die Einwanderung Deutscher in das unbewohnte Kanada. Mit solchen Romanen sollte gezeigt werden, dass die Deutschen die ihnen gegebene Natur kontrollieren können. Ansonsten erfreuten sich historische Romane großer Beliebtheit. Dort wurde die Geschichte Preußens, der Bauernkrieg oder auch die Ostkolonisation behandelt. Ziel dieser Werke war es zu großen Teilen auf eine Legitimation des Dritten Reichs hinzuleiten. Protagonisten waren oftmals Führerpersonen, die mit Charisma und Verstand für die Siege einer ganzen Gruppe sorgten. Wer all diese Dinge nicht schreiben wollte oder bereits in die Gruppe unliebsamer Autoren gehörte, der musste fliehen. Diese Autoren prägten die deutsche Exilliteratur, manchmal auch Immigrantenliteratur genannt. Zahlreiche Autoren waren schon bei Hitlers Machtergreifung in ein anderes Land geflohen. Andere sahen erst später die katastrophalen Tendenzen und ergriffen danach die Flucht. Die Probleme hörten aber nicht auf. So gab es Schwierigkeiten mit den örtlichen Bürokratien, die die Autoren nicht annehmen wollten, weswegen immer die akute Gefahr einer Abschiebung bestand. Viele Menschen waren durch die Geschehnisse des Krieges nicht gut zu sprechen auf Deutsche und sahen die Flüchtlinge als Feinde an. Zusätzlich war die Bedrohung durch NS-Agenten ein immer wieder belastender Faktor. Trotz einer größeren Sicherheit standen viele Exilautoren so unter Druck, dass sie dennoch den Freitod wählten, weil sie entweder zu traumatisiert waren oder im Nachkriegsdeutschland keinen Fuß fassen konnten, obwohl sie überlebt hatten. Trotz allem war es möglich, als Schriftsteller in Deutschland unter gewissen Umständen zu überleben. Diese Personen waren bekannt als innere Immigranten. Der Name ergibt sich aus der Tatsache, dass diese Menschen dem Land einerseits fremd waren, ihm aber trotzdem noch angehörten. Innere Immigranten waren also Autoren, die trotz ihrer Ablehnung des Nationalsozialismus im Land geblieben sind und sich weitestgehend den vorherrschenden Bedingungen anpassten. Der Trick war hier, dass sie zwar vordergründig systemtreue Kunst verkauft haben, im Hintergrund aber oppositionelle Kunst schufen und über Untergrundkanäle verkauften. Eine andere Methode war das berätte Schweigen. Autoren erwähnten einfach gewisse Dinge gar nicht und schrieben Geschichten, welche keine ideologische und politische Einfärbung besaßen. Sowohl die inneren Immigranten als auch die Exylanten warfen sich am Ende vor, schlechte Menschen zu sein. Die Exylanten seien es, weil sie geflohen waren, als sich die Situation verschärfte. Die inneren Immigranten seien es, weil sie wiederum nicht aktiv gegen die Nazi-Propaganda gearbeitet haben. Mittlerweile wissen wir zum Glück vieles besser. Exilautoren wurden geehrt, den inneren Immigranten der Respekt gezollt, die Nazi-Autoren bestraft und der Literaturbetrieb besitzt wieder die Freiheit der Ideen und des Marktes. Hier hat man aber den einschlägigen Beweis für eine bestimmte Tatsache. Extreme Zeiten bringen extreme Dinge hervor. Und bei der Literatur ist das nicht anders. In dieser Übersicht hier findest du die wichtigsten und bekanntesten Werke der NS-Literatur, die auch immer wieder im Oberstufenunterricht gelesen werden. Welches Werk aus der NS-Zeit behandelst du in der Schule? Schreib es uns gerne in die Kommentare. Mehr über die Literatur der Nachkriegszeit erfährst du in diesem Video und weitere Pochen erklären wir dir in unserer Playlist. Also abonnieren und Daumen hoch freut uns sehr und bis bald. Mach's gut. Ciao.